So, da ihr lange nicht mehr von mir gesehen habt, habe ich jetzt mal eine kleine Belustigung für euch, und zwar war ich auf Kriegstein, da war auch Pyrotrax, alias Ecki, der ja auch bei YouTube ist, und seine Mutter hat ein paar Videos gefilmt, die sind bei YouTube schon oben, also seht ihr jetzt einmal hier und einmal hier die Links dazu. Viel Spaß beim angucken und ich wünsche keine Beurteilung von dem, was ich da spiele, zumindest in den Sack, weil Made und Sonne und so, wisst ihr Bescheid, ja. Ciao!